ja hallo liebe leute ja herzlich willkommen hier bei eggy's endurowander videos heute bin ich nicht in ollesloh auch nicht mal eine hamadstadt sondern ich bin ja ich bin in norwegen ich bin jetzt tatsächlich auf den legendären per gentwegen und ja ist wie immer unglaublich das ist ja tatsächlich ein pausenplatz da unten ist der per gentwegen mein auto ist auch da und so eine richtige steinformation leute wenn ihr die chance habt fahrt ihr her genießt es bis dann euer eggy